Bhagavad Gita, Vers 3.26 Der Weise sollte den Geist der Unwissenden, die an Frucht bringende Arbeit haften, nicht verwirren. Sie sollten nicht ermutigt werden, sich von ihrer Arbeit zurückzuziehen, sondern dazu bewegt werden, im Geist der Hingabe zu handeln. Erklärung Ich bin das Ziel aller vedischen Rituale, Bhagavad Gita 15.15 Alle Rituale, alle Opferdarbringungen und alle Anweisungen, die in den Veden niedergelegt sind, einschließlich aller Anleitungen zu materiellen Aktivitäten, sind dazu bestimmt, Krishna, das endgültige Ziel des Lebens, zu verstehen. Weil die bedingten Seelen nichts anderes als Sinnesbefriedigung kennen, studieren sie die Veden nur insofern, als dieses Thema behandelt wird. Wenn man seine Sinne jedoch reguliert, wird man allmählich auf die Stufe des Krishna-Bewusstseins erhoben. Deshalb sollte eine im Krishna-Bewusstsein verankerte Seele andere in deren Aktivitäten oder deren Verständnis nicht stören, sondern durch ihr eigenes Beispiel zeigen, wie man die Ergebnisse seiner Arbeit in den Dienst Krishnas stellen kann. Der gelehrte Krishna-Bewusste Mensch sollte so handeln, dass die unwissenden Menschen, die für die Befriedigung ihrer Sinne arbeiten, lernen können, wie sie handeln und sich verhalten sollen. Wenn auch ein unwissender Mensch in seinen Aktivitäten nicht gestört werden darf, so kann doch ein Mensch, der schon ein wenig Krishna-Bewusstsein entwickelt hat, direkt im Dienst des Herrn beschäftigt werden, ohne dabei die vedischen Regeln und Regulierungen beachten zu müssen. Für einen solchen vom Glück begünstigten Menschen ist es nicht notwendig, den vedischen Ritualen zu folgen, denn wenn man direkt im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist, kann man alle Ergebnisse erreichen, indem man einfach den Anweisungen des geistigen Meisters folgt.